Und damit herzlich willkommen... Achso, oh, verbeugen. Mensch, das hab ich total vergessen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Online Teso. Ähm, das ist die erste Folge, ihr seht's wahrscheinlich auch wieder im Titel, mit der Elgato. Hallo Ratte. Nein, das ist natürlich die da hinten. Das hier ist die Ratte. Wer das hier ist, das ist Nyre. Okay. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung mehr. Unbeantwortete Fragen. Sprecht mit Muran in der Abtei der Ausgestoßenen. Das ist aber, glaub ich, ganz woanders, oder? Das ist wirklich ganz woanders. Die Mine von Köglen. Ähm... Ach ja, genau, wir waren ja... Darf ich auch rauszoomen irgendwie? Nein, darf ich nicht? Gut. Nein, ich darf nicht. Alles klar. Stimmt, das war ja einfach nur ein Dungeon, den wir machen wollten. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Wahrscheinlich gibt's hier auch eine Himmelsscherbe. Und ich glaub, wir brauchen nur noch eine. Ich will jetzt nicht nochmal nachgucken. Das ist ein bisschen zu zeitraubend. Gut. Ähm... Ich werd nochmal mit dem Mikro ein bisschen weiter nach oben machen. So ungefähr. Mal gucken, ob das besser ist. Ich hab keine Ahnung. Bist du ein Gegner? Oh, ein Glutauge. Die kriegt natürlich auch so ein Maul. So. So einfach ist das. Hä? Was? Ah, da ist ja noch einer. Hey, Glutauge-Rekrut. Du wirst natürlich auch aufs Maul haben. So siehst du auch aus. So ein richtig geiler... Ähm, ich hatte jetzt mal das Kabel mir angeschaut, womit ich... Oh, fuck. Oh, heiler. So, du hör mal auf da. So, zack. Ich bin tot? Wow, ich bin tot. Okay, alles klar. Ähm, dann würde ich mal sagen, Weg schreien. Und... Ja. Was sollen wir machen? Unsere Rüstung ist beschädigt? Ich dachte, die haben wir erst letztens repariert. War da nicht irgendwas? Ähm... Wo steht denn hier der Wert, die Rüstung? Nirgendwo. Das steht nirgendwo. Nee, Kopf ist auch nichts. Nee, Waffen gehen ja auch, glaube ich, gar nicht kaputt. Hm. Was ist denn hier bitte beschädigt worden? Die Schwerter können auch, glaube ich... Also die Waffen können auch, glaube ich, gar nicht kaputt gehen, oder? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ah, meine Nase. Es kann natürlich auch sein, dass man... Dass man mich durch die Elgato auch ein bisschen doppelt hört teilweise. Also nur leicht. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber, naja. Es kann vorkommen. Das will ich natürlich nicht. Deswegen versuche ich da dann noch ein bisschen was dran zu fixen. Und falls das dann irgendwann alles wirklich klappt, dann wäre das schon ziemlich geil. Stimmt, ich habe ja noch einen Bogen. Fällt mir mal gerade so... Oh Gott. Fällt mir mal gerade so ein. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Das sieht aus wie... Ich muss mich mal kurz ein bisschen zurücklehnen. Mittlere Rüstung. Äh, ich habe noch nichts für die Taille? Wat? Wow. Dann lege ich es natürlich an, ist ja klar. Oh, habe ich noch nichts für die Taille? Okay. Komisch, aber gut. Also nicht gut, aber ne, ihr wisst doch nicht meine. Ich wollte eigentlich den hier treffen. So. So, du Schlampe stirbst jetzt. Oh, ich habe mich selbst geheilt. Das wollte ich natürlich nicht. Denn hier gibt es nichts zu heilen bei mir. Wäre der Weg hier auch gegangen, frage ich mich gerade. Ah. Weg mit dir. Und du. Du kommst gar nicht erst in die Idee, dich zu heilen. Das schaffst du nicht, mein Fräuleinchen. Ein bisschen Gold. Ah, für das Kraftdorfbewohner auch noch hier, ja. Oh. Haha. Ich dachte gerade schon, okay, der Typ hier sieht nicht so aus, als wenn er arbeiten würde. Was macht der hier? Oh, das sah geil aus. Ein Eichenschild. Ein Eichenschild. Nirgendwo hier, Nebenhand wahrscheinlich. Oh, das ist eigentlich ein Eichenschild des Lebens. Ja, dann kann das hier eigentlich, ja, kann zerstört werden. Aber ich benutze keine Schilde. Das ist auch teilweise ein bisschen doof, weil Schilde bieten halt mehr Schutz, ne? Und gerade ich hier brauche ja ein bisschen mehr Schutz. Äh. Okay, Moment. Mit what? Stirb. Danke. Stirb. Danke. Kann sein, dass ich mehr Ausdauer habe. Durch irgendeinen Zufall. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich kann mich dunkel daran erinnern, weil ich muss unbedingt T so aufnehmen. Ich hab nämlich kaum noch Folgen. Und da ja jetzt jeden Tag eine Folge kommt. Weil, wow. Nice one. Oh, Bericht des Vorarbeiters. Bergwerker. Die Magiergilde hat sich entschieden, diesen Einsatz abzubrechen. Sieht aus, als hätte Giyara unsere Zeit vergoldet. Wir haben in der gesamten Zeit, die wir hier waren, drei Giyara. Die Hoden gefunden. Zwei von ihnen sind zerbrochen, als sie sie als Seelensterne verwenden würden. Ich vermute, dass ihr einfach die Fähigkeiten fehlt, sie auf die richtige Weise herzustellen. Und scheinbar sind die meisten Seelensterne nicht ohne Grund Kristalle. Ich hasse es, wenn die Launen irgendeines Magiers Leben aufs Spiel setzen. Diese Mine ist nicht rentabel genug. Wir sind raus. Packt eure Sachen und wir verlassen diese Grube. Wir gehen zurück nach Kögeln und überlegen, welchen Auftrag wir jetzt nächstes annehmen. Wir müssen hier raus, bevor wir noch mehr Leute verlieren. Lasst alles stehen und liegen. Setzt euch in Bewegung. Der Boss. Und wer der Boss ist, werden wir wahrscheinlich... Hä? Moment. Wait, what? Achso, da kommen wir wieder so raus. Hier ist also quasi Schicht im Schacht beinahe schon. Gibt's fast nix mehr zurück. Oh! Boss, 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 Boss. Nice. 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 Aua! Na warte. Hier, jetzt kriegst du das Ben. Zack. 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 Weg die Sau. Gold. Jo, 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 jo. Jahresfaust. Uh, ein Streitkulgen zweihändig. Der ist ja sogar noch besser als... Na wohl. Ah. Ich werd nicht sagen. 500. Ne, ist nicht besser. Euch wird 5 Sekunden lang ein Schadensschild mit... Oh. Okay. Ähm. Boah. Wollen wir mal ausprobieren? Komm. Wir probieren mal aus. Sieht auch ziemlich geil aus, muss man sagen. Ja doch. Sieht ganz nice aus. Den Boss haben wir gelegt. Jetzt bin ich nur noch... Da ist ne Truhe. Habs gesehen. Ha. Boah. Ja, mir fehlt ein bisschen, dass man hier das Schloss knacken leveln kann. So wie in den guten alten Skyrim Zeiten. Was ja auch, ne? Ein sehr, sehr geiles Spiel ist auf jeden Fall. Und was ich auf jeden Fall wieder mal spielen werde. Ach ja, ich wollte euch ja was zu der Elgato sagen. Ich muss unbedingt noch ein Kabel besorgen, dass ich PS2 und PS3 aufnehmen kann. Weil... Ach, guckt mal. Hier ist so einer. Kommt zu dritt. Wir sind ein Männerchor. Wir sind ein Kristallchor. Ja. Ähm. Und zwar kann ich dann... Ach, zwei von drei. Schade. Endlich PS3 und PS2 aufnehmen. Weil PS2 will ich unbedingt aufnehmen. Da gibt's... Ich hab viele, viele PS2 Spiele. Viele. Und einige davon sind wahre Perlen, die so fast keiner kennt. Und sowas möchte ich halt dann auch mal zeigen. So als Enjoy-Projekt. Jeden Sonntag. Eine Stunde lang. Oder 40, 45 Minuten. 50. Mal schauen. Wieso die Zeit passt. Und ich bin glaub ich fertig, wa? Sieht so aus. Ja. Ähm. Ja, dann geh ich da einfach mal durch, wa? Boah, hat der auf die Fresse bekommen. Nice. Ähm. PS3 werde ich auf jeden Fall eine Reihe dazu machen, oder? Ah, bei PS3 gibt's auch ein paar Spiele, wo ich halt Enjoy-Projekte machen will. Aber erstmal kommt die PS2. Und bei der PS3 möchte ich, glaub ich, ähm, so meine Spiele präsentieren. Aber das geht halt erst, wenn das Kabel da ist. Und das dauert noch ein bisschen. Also, ich... Es müsste Januar dann da sein, wenn ich das bestelle. Weil es gibt... Es gibt das nicht mehr zu kaufen bei Mediamarkt oder so. Bei Saturn... Oh, Entschuldigung. Bei Saturn hab ich übrigens noch gar nicht geguckt. Da müsste ich mal schauen. Mach ich mal nach der Aufnahme. Weil das interessiert mich. Weil es ist ja wirklich wichtig für mich. Ich möchte ja dieses Spiel... Ich möchte dieses Spiel... Äh, diese... Diese Konsolen ja aufnehmen. Und zwar so schnell wie möglich. Damit halt ein Enjoy-Projekt kommt. Weil Magica 2 hab ich ja so gesehen abgebrochen. Ihr kennt das ja durch das Infovideo. Ich hab einfach keine... Keinen Nerven mehr für dieses Spiel. Es ist einfach nur noch ein reines... Durchge... Durchge... Wow. Okay. Cooler Tag. Das ist echt hell hier gerade. Selten so hell kann das sein. Also... Ich find das... Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Toll, komm, bin... Na toll, jetzt wird es wieder dunkler. Ach man. Es war so schön hell. Naja. Warte, wir mal machen. Karte. Jetzt aber. Komm, zeig her. Was können wir denn jetzt machen? Wir waren... Ach hier, guck mal da. Die Mine von Kögeln. Ah, hier ist nicht ganz so groß wie... Wie Glynumbra, oder? Ne, Glynumbra ist auf jeden Fall größer gewesen. Aber so viele Gegenden gibt es hier auch nicht, sodass man sagen könnte... Ah, hier gibt es bestimmt auch noch so einige Perlen. Ich würde mal sagen... Da wir Richtung da hin müssen, sprechen mit Muran... Würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier nach unten. Na komm, wir gehen jetzt mal nach da unten. Da gibt es bestimmt auch noch so einige Sachen zu entdecken. Aber ich gehe mal ein bisschen abseits der Gegner. Weil ich habe keinen Bock auf die Gegner. Was ist denn das? Ist das ein Rucksack? Oh, nice. So ein Getränk nehme ich einfach mal mit. Tanit Kaffee. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Aber falls ja, dann ist gut. Ich glaube aber nicht, dass man das braucht. Hier gibt es ja auch die ganzen Gegner. Hm. Gut, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal vorbei rennen. So muss das sein. Erstmal schön vorbei rennen. Ich hoffe, euch stört das nicht, falls ihr mich manchmal ein bisschen doppelt hört. So leicht. Und ich muss mal wieder ein bisschen öfter mit dem Bogen spielen. Fällt mir mal gerade so ein. Ah, hier kriegst du. Und zack. Schade, ich dachte ich wäre schneller gewesen. Hätte ja passieren können. Was macht ihr da? Ich habe schon wieder einen Trank genommen, oder? Ist das zum Kotzen? Lass die Frau in Ruhe. Sie hat euch nichts getan. Boah, eine Bäuerin. Die mir das Leben gerettet hat. Na okay, gut. Ich habe kaum was verloren gehabt. Schönes Feineisenerz. Ah. Falls ihr die anderen Projekte nicht guckt, oder das Infovideo nicht gesehen habt. Es gibt auch keine Cuts mehr. Ne? Also das muss jetzt auch nicht mehr sein. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal wieder einen Cut machen werde. Wenn irgendwas wichtiges ist, dann geht es mal nicht anders. Aber mittlerweile... Oh. Das Art Tora Anwesen. Aha. Hier gibt es doch bestimmt so die eine oder andere Quest. Guck mal. Sogar der Punkt... Das ist doch nice. Ja, hier gibt es eine Quest. 100. 100 pro. Millionen pro. Ganz ehrlich, wenn es hier keine Quest gibt, dann fresse ich einen Schuh vor der Kamera, ey. Ich hätte mal, glaube ich, nichts sagen sollen, oder? Mann, lass mich doch mal hier hoch. Hoch. Danke. Ich kann hier... Ich kann da nicht so rein. Sag mir jetzt nicht, ich muss jetzt wirklich hier durch. Hä? Hä? Ich will doch da rein. Ich kann da nicht durch. Das ist eine unsichtbare Wand. Oh, das finde ich jetzt ein bisschen... Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ah, guck mal. Da ist schon eine Quest. Sag ich doch. Gut, ich muss keinen Schuh fressen. Hä? Lass mich hier durch. So. Feldwebel... Oh... Oh... Orga. Ach du bist... Ach so, du bist ein NPC. Die Tür zum... Ah, da will ich noch nicht rein. Ich werde erstmal gucken... Ach, da ist ein Wegschein. Guck mal. Der Seelenberaubten. Soll ich erstmal dahin gehen? Oh, da ist auch noch was. Der Magier. Oh, da ist auch noch was. Meine Fresse, wir gehen immer näher an Wegesruhe ran. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, gehen wir jetzt mal zur Quest. Hallo, Feldwebel Orga. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch ertragen kann. Zu warten, dass der General uns zurück in den Kampf gegen die Eisenhand-Oga ruft, zehrt an meinen Nerven. Mh, könnt ihr um eine Versetzung bitten? Ich weiß nicht, ob das klug wäre. All dieses Warten hat mir genug Zeit zum Nachdenken gegeben. Ich kriege die Idee einfach nicht mehr aus dem Kopf, dass ich die nächste Schlacht nicht überleben werde. So verrückt das auch sein mag. Ich denke sogar über eine Opfergabe an Azura nach. Ich glaube, ich muss mal den Spieltun ein bisschen lauter machen, habe ich das Gefühl. Moment. So vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Ich guck mal nach. Ihr wollt euch den Schutz einer Daedrischen Fürstin erflehen? Ich weiß, das ist zwar nicht richtig, aber ich spürte schon immer eine gewisse Verbindung zu Azura. Mein Vater war ein Geisthüter. Das eigentliche Problem ist, dass ich meinen Posten nicht verlassen darf. Ich frage mich, ob ihr das hier vielleicht zu Bruder Dumont in der Abtei der Ausgestoßenen bringen könntet. Seht ihr, wenn es euch dann besser geht? Cool. Eine Opfergabe für Azura. Ich glaube, jetzt ist der Spielsorn wirklich ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, wie es davor war. Ich höre es mal in einem Video und wenn nicht, dann ändere ich das wieder. Weil bei Fallout habe ich das auf 29 und jetzt habe ich es auf 43 aktuell. Also es ist alles noch im grünen Bereich. Das heißt, es ist alles noch in Ordnung. Das ist doch schön. Soll ich jetzt da hingehen? Boah, wo ist denn die Quest? Ich weiß, ich kann auch anders nachgucken, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen... Da ist er. Für 20? Okay. Meinetwegen. Wo ist denn die Quest? Ähm... Wow. Wow. Nicht im Ernst. Ha! Geil, die ist genau da. Genau da, wo ich hin will eigentlich. Aber naja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Schreien. Meine Güte, ey. Und irgendwann für Battles hole ich mir noch ein Mikro. Aber momentan muss man bei Battles... Also bei Battles, ne? Ihr wisst schon. Wo ich mit Jay oder vielleicht auch mal mit anderen Leuten spielen werde. What the fuck? Priesterin. Verfluchter Schädel. Was ist denn hier alles? Gibt's ja gar nicht. Wo ist denn jetzt hier der... Ach, da hinten ist er. Ähm... Oh, Eichen. Nice. Was Neues, oder? Dann werde ich, ähm... Mal, glaube ich, ein Mikro irgendwann holen, besorgen. Bis dahin muss man sich halt noch, ähm... Naja, zurecht mit der Qualität von den Videos davor, wo ich mit Jay gebettelt habe. Geht nicht weiter, bis ihr mit mir gesprochen habt. Ich kann mich damit dann zufriedengeben. Oh, furchtloser Reisender. Lauscht meinen Worten, ehe ihr diesen Hügel erklimmt. Was ist hier los? Seht ihr dort hinter mir den Hügel mit dem Turm auf der Spitze? Er ist zum Ausgangspunkt für Abscheulichkeiten geworden, die von jenseits Mundus stammen. Dämonische Geister, die ausgesandt wurden, um die Sterblichen zu quälen. Entschuldigt. Ich bin eine Priesterin Stendars. Wir reden immer so. Jedenfalls ist das eine schlimme Sache. Kann ich irgendwie helfen? Ich hoffe es. Die zaubermächtigen Untoten auf der Anhöhe haben einige der Hiesingen gefangen, die zu dicht um den Hügel streiften. Ich wollte sie retten, aber ich wurde von der schrecklichen, heimtückischen Kraft dieser umnachteten. Jedenfalls haben sie mich zurückgeschlagen. Ich werde sehen, ob ich sie retten kann. Seid vorsichtig. Seid wachsam. Vertraut auf Stendars. Wo bin ich hier eigentlich? Einst war jener unheilvolle, verlassene Turm Teil des Gartens von Prinzessin Violetta, einer Tochter aus dem Hause Gardener, das vor Emmerik über Weges Ruhe herrschte. Es war ein fröhlicher Ort, an dem Blumen blühten, Vögel sangen und liebende Lust wandelten. Es war sehr schön hier. Und was ist mit ihm geschehen? Der Dädrische Fürst Molagbal wurde auf seine Reinheit und seine Aura der wohlmeinenden Güte aufmerksam und fühlte sich dadurch unermesslich beleidigt. Er überzog die Anhöhe mit einem Pestauch und schickte grausige Untote, um sie zu schänden. So wurde aus dem fröhlichen Vogelsangturm von einst der garstige Turm der Seelen behaupten. Und was machen die Untoten mit den Gefangenen? Sie unterziehen sie derart grässlicher Reden, dass nähere Einzelheiten euch den Verstand kosten würden. Belassen wir es dabei, dass die Nekromanten Energie aus dem Leid der Gefangenen ziehen, um damit die Barriere zwischen den Welten niederzureißen und noch mehr von ihrer ruchlosen Brut zu beschwören. Ich meine, sie opfern sie. Alles klar. What the fuck? Hier sind noch mehr. Achso, ich will jetzt hier, äh... Nee. Nee. Sprecht mit Valastin. Nee. Geht zur Zuflucht? Nee. Ah, da ist er. Abscheidlichkeit vom Jenseits. Aus dem Jenseits meine ich. So, der verfluchte Schädel hat natürlich auch noch eine Quest. So, dann geht mal her. Ihr... Ihr seid in Kalthafen gewesen. Ich sehe sein Mal an euch. Ihr müsst mich hören können. Ihr sprecht nicht gerade wirklich mit mir, oder? Ja, ihr... Wie ich wurdet ihr vom Herrn der Gewalt geschändet. Ich schreie schon so lange. Ihr müsst uns vernichten, Lehrer. Ich will nicht mehr seine Augen sein. Und wessen Augen meinst du? Des Herren von Kalthafen. Molag Baal. Die Nekromanten planen uns dort aufzustellen, wo wir seine Feinde ausspionieren können. Selbst jetzt blickt er euch durch meine Augen an. Sammelt die verfluchten Schädel. Werft uns auf den Leichenhaufen im Turm. Beendet unsere Qual. Okay, ich werde euer Leit beenden und die Augen von Molag Baal blenden. Geil. Ich habe eine Quest vom Totenschädel bekommen. Das gibt es auch... Okay. Ihr seid nicht gerade leicht, ne? Ne, so leicht sind die glaube ich gar nicht. Hier ist noch ein Totenschädel. Jo. Danke. Zwei von sechs. Okay, Freunde. Hier ist Quest-Time angesagt. Dann würde ich mal sagen, werde ich hier den Cut machen. Äh, was heißt den Cut? Also die Folge beenden, ja. Jetzt gibt es keine Cuts mehr, sondern ich werde jetzt die Folge wenden. Haut rein bis zum nächsten Part von Let's Play The Elder Scrolls Online. Teso. Wenn wir uns den Schädeln und den Gefangenen hier widmen. Und mal schauen, was der Magier Stein so kann. Wir haben ja im letzten Part oder vorletzten Part glaube ich, irgendeinen anderen Stein angenommen. Ich weiß aber gar nicht mehr welchen. Nun gut. Ich gucke mal, wie das jetzt mit dem Ton so ist. Ob man mich vielleicht manchmal doppelt hört. Ob das mit dem Sound jetzt vom Spiel-Sound gut ist. Ich werde es sehen. Bis zur nächsten Folge und ciao.